Yo, Freunde, bin ich diesmal wieder am Start und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es das erste Mal 2018 YouTuber des Monats. Das heißt, ich werde einen YouTuber von euch im Monat auf meinem Kanal vorstellen. Und ich habe mich heute auf eine coole Person entschieden. Aber zuerst, Leute, für die Leute, die es noch nicht kennen. Ihr könnt euch mit Hashtag YouTuber des Monats unter diesem Video bewerben. Und wenn ihr das Format feiert, könnt ihr jetzt schon mal gerne dem Video einen Daumen nach oben geben. Ich würde mich riesig freuen und macht gerne mit, Leute. Das kann ich euch wirklich nur zu Herzen legen. Für die Person, für die ich mich entscheide, die muss jetzt wirklich keinen krassen Kanalbanner oder ein krasses Design haben. Geschweige noch audio-technisch. Es sollte auf jeden Fall unterhaltsam sein und das ist wichtig, Leute. Jetzt möchte ich euch aber verkünden, wer es diesen Monat geschafft hat. Und zwar ist es der liebe Player HD. Der ist nämlich der neue YouTuber des Monats von Februar. Und der lieber hat zwar schon über 3800 Pipapo Abonnenten, macht aber auch sehr gute Videos. Das ist halt wirklich meine Meinung. Und ich hoffe einfach mal, dass ihr die Meinung teilt und einfach mal bei ihnen vorbeischaut. Ich würde sagen, Leute, wir schauen uns einfach mal ein Video von ihm an. Und dann sehen wir uns gleich nach ein paar Ausschnitten wieder zurück. Jo, Leute, was geht? Willkommen zum heutigen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir ein kleines BadRoss-Event mit ziemlich vielen YouTubern. Und heute habe ich in dem Zeitraum und in dem Trainings am Start. Hallo. Jo, Leute, was geht? Und ich hoffe, euch gefällt es. Ich werde das jetzt alles nachkommentieren, da das Sound von der GoPro nicht so gut war. Und ich sage, wir fangen sofort an. Ja, Freunde, ich hoffe, ich konnte euch ein paar coole Ausschnitte von PlayRD zeigen. Und wenn ihr euch selber ein Bild machen wollt, könnt ihr es selbstverständlich machen. Und auf den ersten Link in der Videobeschreibung klicken, dort ist ein Kanal verlinkt. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich gerne auch ein Abo bei ihm da lassen. Ich glaube, das würde ihn sehr freuen. Und ihr würdet ihn natürlich damit sehr unterstützen. Wenn ihr selber daran teilnehmen wollt, schreibt es gerne mit Hashtag YouTuber des Monats unter das Video als Kommentar. Und ich schaue mir euren Kanal an. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir gerne mit eurem Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns am Freitag um 18 Uhr zu einem neuen coolen Video. Schaut da gerne mal vorbei. Haut rein, Freunde. Und ciao.